Die Feuerwehr Wie das klappt, was? Ja, bei uns, da klappt es immer so. Nun, wenn ich etwas von Feuer höre, da wäre ich allemal so richtig Karnickelwilde. Da kriege ich eine ganz rote Nase und ganz feierige Augen. Da kommt mir das Feuer allemal so richtig aus den Augen rausgeschrieben. Da färchte ich mich vor niemanden mehr, nicht einmal vor meiner Frau. Und das ist so richtiges, altes, fähige Feuer. Nun, mein Hauptmann, der wollte mich auch schon einmal rausfeiern aus der Feuerwehr, weil ich egal, so feierig wäre. Aber das wär auch nicht schlimm. Da kauf ich mir eine Spritze und fange für mich an. Aber vorlauf schmeißt der mich nicht raus. Denn wir haben schon manches Feier zusammen gemacht. Ich wollte sagen, gelöscht. Nun, da muss ich Ihnen mal ein Ding erzählen, was uns vor ein paar Jahren passiert ist. Wir hatten gerade so kleine Feuerwehrgrenzen. Wir waren auch schon alle recht hübsch illuminiert. Mit ehemal melken sie doch schnell Feuer. Äh, ich wollte sagen, Großfeier. Nun saßen wir doch los wie Litzos verwilderte Schach. Und wie wir an den Brandherd kommen und wollen anfangen zu schreiten, da merkt man doch mal leer, da haben wir doch statt die Spritze, die Straßenwolfe erwischt. Manchmal müssen wir auch ein umgefallenes Pferd aussehen. Wie zum Beispiel unserem Buttermann-Zahn. Das fällt jede Woche zweimal um. Nun, der hat doch schon abonniert. Da sind wir alle mal schon eher da erst umfällt. Nein, ich war mir auch einmal eher da. Und da fiel's nicht um. Da haben wir's erst umgeschüttet. Ja, wir waren eh mal da. Nun, wir haben dicht zu werfen gehabt mit unserer Feuerwehr, dass wir uns in der Heel gemuddelt haben. Wir haben mal klein angefangen mit der Schriebsdichte. Jetzt haben wir uns aber dicht verbögert. Äh, nee, verbessert. Jetzt haben wir doch auch schon eine Radautomobilspritze. Aber da geht's kläbhaft. Da haben wir neulich einmal bei Ebrante durch unsere Schnelligkeit in Menschen-Kläm gerettet. Nun, der Weich hat der Pimpfe dort gefahren. Ja, wenn's mal brennt, 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 komm ich brennt, brennt, brennt. Und brennt durch ganz beharrt. Ich mach es feiern auch. Und wenn's noch klimt, 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 gibt gar kein Pimp, klimt, klimt. Das muss ich bestimmen, bis nicht mehr klimt. Das muss ich jetzt, wie beim Sehen das hierblowing. Untertitelung des ZDF, 2020